Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Verrückt Ich sehe Jakes Eltern zum ersten Mal Wir sind noch nicht lange zusammen Sie freuen sich schon sehr, dich kennenzulernen Ich denke darüber nach Schluss zu machen Hallo, wir sind da Oh, ganz nass Ah, da kommen sie Jake hat uns schon so viel von dir erzählt Oh, er hat mir auch schon einiges von euch erzählt Und trotzdem hergefahren? Jake sagte, du studierst Quantenpsychologie Hm, Physik Wirklich? Aber da ist etwas unbeschreiblich verkehrt hier Alles in Ordnung? Ja, ich denke darüber nach Schluss zu machen Ich bin so froh, dass Jake endlich jemanden gefunden hat Bald wird es nur noch eine vage Erinnerung sein Wer ist das? Das bin ich Nein, das war ich Ich sag's dir, ich würde meinen eigenen Kopf verlieren Wenn er nicht angeschraubt wäre Ich hab das Gefühl, dass ich sah, wie sie waren Ich sah, wie sie sein werden Ich sah sie, nachdem sie nicht mehr sind Ich denke darüber Du kannst hierbleiben Wie bitte? Du musst nicht dahin Wohin denn? Vorwärts Menschen glauben sich, wie Punkte durch die Zeit zu bewegen Aber ich glaube, es ist das Gegenteil Wir sind unbeweglich Und die Zeit Geht durch uns hindurch Wie ein kalter Wind Vielleicht wusste ich es von Anfang an Und es stand schon immer fest, dass es so enden würde Und es stand schon immer fest, dass es so enden würde